Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Heute das Thema, wir müssen Bitterkeit loswerden. Und wie das geht, zeigt uns der Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 15. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unfrieden dann anrichtet und viele, hier wollen wir ein Stück übersprungen, viele verunreinigt werden. Bitterkeit. Bitterkeit hat ja ganz viel zu tun mit Enttäuschung, mit Dingen, die anders liefen, als wir gedacht haben, mit manchmal auch ein Stück weit Neid, Eifersucht. In dieser Weise, dass man denkt, uns oder mir steht noch mehr zu. Bitter zu werden, traurig zu sein. Gott, was ist los? Wo bist du? Warum handelst du dich? Und in Gegenüberstellung zeigt uns die Bibel, dass nicht jemand die Gnade versäumt. Also Menschen, die in einer Art und Weise leben, nicht aus Gnade, sondern aus Leistung. Nicht aus dem Beschenktsein, nicht aus dem es ist schon vollbracht, sondern vielmehr ich leiste, ich wirke, ich mache und Gott, wo bleibst du jetzt? Das beste Beispiel ist für uns da in der Bibel ganz praktisch das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Während der eine voll die Gnade des Vaters erlebt, ist der andere am Arbeiten und Schaffen und kommt nach Hause und ist ganz bitter, geht überhaupt nicht mehr nach Hause, ist wütend auf seinen Vater, er möchte überhaupt nicht bei dem Fest dabei sein, es ist bitter geworden in seinem Herzen. Und dann, als der Vater ihm entgegenläuft, dann kommt der Vorwurf, mir hast du nie gemacht und so weiter. Offenbar ist es so, dass Bitterkeit nicht sofort da ist, sondern sie wächst. So heißt es hier, wie eine Wurzel. Und eine Wurzel ist das Schlimme gerade bei Unkraut, wenn sie nicht entfernt wird, wächst sie immer weiter. Da kann man zwar oben was abschneiden, aber unten wird das Wurzelwerk immer größer, immer fester, immer massiver. Und so kann man zwar gute Miene zum bösen Spiel machen, aber wenn wir da nicht Gott ranlassen, dann wächst etwas in uns. Und am Ende heißt es hier, werden viele dabei verunreinigt. Und einander sollen wir da Acht haben. Was bedeutet es nun? Nun erst mal natürlich jeder auf sich. Gleichzeitig aber auch sollen wir schauen auf den Nächsten in der Gemeinde. In dieser Weise, dass wir uns ausrichten und sagen, Jesus, hilf mir durch deinen Geist. Zeig mir, wo ich stehe. Wo komme ich in dieses Leisten? Wo komme ich in diese Erwartung zu dir, dass du Dinge tun musst, weil ich habe doch was gemacht und ich habe mich doch bemüht und ich habe doch gebetet und ich habe doch Leistung gebracht und ich habe doch geopfert und so weiter. Nein, wir leben durch und durch aus Gnade. Ja, wir tun das, was die Bibel sagt, aber nicht, um dann den Benefit zu bekommen, sondern vielmehr aus Liebe und Hingabe zu Gott. Wir dienen ihm gern, weil wir ihn lieben. Wir folgen ihm gern, aber nicht in der Erwartung, na, was springt dann dabei raus, sondern in dieser Haltung, ich lebe aus der Gnade, damit Bitterkeit eben nicht wachsen kann. Und Bitterkeit kann dann natürlich in jedem Lebensbereich sich breit machen. Und das kann das persönliche Leben sein, das kann Gesund oder Krankheit sein, das kann um die Familie gehen, das kann um das Umfeld, um Freunde, um Einsamkeit, es kann um Dienste gehen, um Aufmerksamkeit und so weiter. In dieser Weise möchte ich uns einladen, das Wort Gottes hier ernst zu nehmen, dass wir gerade in dieses neue Jahr starten und schauen, ich möchte in deiner Gnade leben, ich möchte es nicht verpassen. Ich weiß, alles ist in dir vollbracht und ich will in Liebe und in Hingabe zu dir leben und ich will Acht haben, dass du, Heiliger Geist, mir zeigst, wo denn da Bitterkeit in meinem Herzen wächst. Vielleicht Enttäuschung oder was auch immer. Und das will ich abgeben, das will ich letztendlich dir bringen, dass du da Hand anlegst und diese Bitterkeit aus unserem Herzen reißt und wir frisch und fröhlich hineinlaufen dürfen in das, was du vorbereitet hast, damit nicht andere womöglich noch, wir selbst und andere darin verunreinigt werden. Das wünsche ich uns, dass wir in dieser Freiheit und Freude in der Gnade Gottes leben. Gott segne euch und wir sehen uns gerne wieder.